Also ich habe, wo ich angefangen habe, jetzt auch nicht so die Probleme gehabt, mich im Team einzufügen. Mein Name ist Nils, ich bin bei der Firma Viva angestellt in der Logistik, vom Wareneingang bis zum Versand, Kommissionierung. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, dann 2020 und habe 2021 mit meinem Meister angefangen. Ich habe mich dadurch dann nochmal zwei Jahre verpflichtet. Das ist eine lustige Truppe, die Leute sind ganz cool drauf und es ist halt alles ziemlich freundschaftlich und familiär. Man kann schon Fragen stellen und kriegt die eigentlich auch beantwortet und kriegt eigentlich in der Regel auch immer geholfen. So praktisch ein Baukastensystem. Jetzt 10C und so ist ja dann schon wieder, man muss ja schon die Ausbildung dafür haben. Man lernt erstmal die Pumpen kennen. Das ist ja auch eigentlich unser Ablauf bei der Einarbeitung, dass man erstmal in die Montage geht und auch in der Montage sieht, was wir bauen, für was wir das bauen. Und so, dass man das Grundprinzip versteht, was für Anlagen für was sind und dadurch, dass man die natürlich auch dann versendet. Wir sind ja relativ klein, also relativ eng gehalten da oben und dadurch sieht man dann eigentlich auch öfters mal die anderen Leute und spricht mit denen und sieht die anderen auch schon relativ oft. Dadurch, dass das halt alles relativ kompakt gehalten ist. Du hast Bock auf ein neues Team? Dann bewirb dich bei uns.